Lebensmittelgeschäft, verbraucht Lebensmittel Nahrung einkaufen Macht zumindest Sinn für mich So Tunnen Nein Tunnel Aufladestation Essen produzieren Kollegen Krankenstation Deiner Kunstwerkstatt Steingarten Verdammt Oh Nahrungsmittel Nahrungsmittel Vor dem Meer Reifstoffmaschinen Für die Kulturfarm Blender Blender Und Pflanze Apropos Research complete Wow 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 Wir machen Wir machen hier eine Farmpin Und hier eine Hydrofarm Passagiere Passagiere Wir wollen erstmal hier noch die Dinger fertig bekommen Bevor wir Passagiere einladen Forschung Forschung Was hatten wir hier? Treibstoff Ermöglicht die Räubung aus geschlachtet und zerstörte Beute Flieg ins Fotokoll Tronenschwarm Tronenschwarm Physik Und man braucht Wasser Physik Und man braucht Wasser Und man braucht Wasser Beton Polymere Zehennahrung Beton Polymere Zehennahrung Haben wir auch noch So Nahrung Gespeichert Bodenqualität So So Nahrung Die sieht aus Wasser gespeichertes Wasser Wir brauchen mehr Wasser Sektor Scanned Anomaly Found Wo 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 ist eine Anomalie Hier oben das Na komm Ähm Erkundung So Dann scannen wir da Warte Wasser hier Hier Und hier Arbeiter Arbeiter Komm Stromkapazität Ach wie war das Treibstoff können wir produzieren Habe ich da für uns aufpasst Ähm Treibstoff Jawohl Ich glaube dann werde ich das mal tun Und dann machen wir natürlich nach Treibstofflager Gleich mal Hier hin Hier hin Breakthrough Discovered Jetzt muss ich nur noch irgendwie an Wasser kommen Und dann kann ich meine Bewohner hierher kommen lassen Oder Ach scheiße Komm Nachschub Wir wollen Passagiere Ähm 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 Altersgruppe wollen wir gerne festlegen Und zwar Some Raketenkapazität 12 Jugendliche Ja Nein, Mittleres Alter, Ja, Senior, Nein, Erwachsene, Moment, 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 Was soll mit mehreren Menschen-Eigenschaften am Boden der Raketen? Wir haben aber mit einer und einer Menschen-Eigenschaft abgewiesen. Machen wir lieber so. Mittler im Alter. Komm, wir nehmen keine Jugendliche, dafür mittleres Alter und Erwachsene nochmal. Das wäre die Altersgruppe? Nein, Erwachsene und Mittleres Alter. Das wäre die Altersgruppe. Das wäre die Altersgruppe. Das wäre die Altersgruppe. Das wäre die Altersgruppe. Spezialisierung Geschlecht. Männlich, weiblich, andere. Männlich und weiblich hätte ich gern. Zurück, schwächen, stärken, schwächen, chronisch krank, weg, faul, weg, Alkoholiker, weg, Spieler, vielfass, weg, vielfass, weg, roter, holz, melancholiker, nehmen wir gerne, Einzelgänger, nehmen wir gerne, feigling, holz, geh zurück, geh zurück, eigener Guru, Tourist, Veganer, Touristen nicht. Guru wollen wir nicht, zurück, Veganer gerne. Zurück, Spezialisierung, Wissenschaftler, Ingenieure, Geologen, Botaniker, das, Sicherheit. Brauchen wir jetzt nicht so direkt keine Spezialisierung. Gibt es auch. Zurück, Stärken, Sexy, nehmen wir, Überlebenskünstler, Locker, Holling, Gelassen, Genie, Pompil, Heilig, Legiös, muss nicht sein, Geber, von mir aus, Nerd, Klar, war, war zierfähig, von mir aus, Fit, Enthusiast, ein Hippie, aber kein Partyläufer. So, haben wir ein paar passende Leute gefunden. Dann starten wir mal. Dann starten wir mal. So. Dann hoffe ich mal, dass wir genug Treibstoff produzieren, dass wir auch mal noch Akete wieder wegschicken können. Was können wir denn eigentlich? Sektor Scanned. Ich hole ein Forschungslabor. Wollen wir ein Forschungslabor hier mit reinbauen? Da werde ich aber mal, mal noch ein, eine Hüthof Farm mit reinsetzen. So. Äh, nicht funktionierende Gebäude, vier Stück, warum, achso, dass keine Leute da sind. Da, 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 da. Hier ist aktuell nichts. Deshalb kleiner Erkunder, du kommst mal wieder zurück hier. Du kannst doch eh nichts machen. So, ich bin mal gespannt, was mit meinen Leuten passiert, wenn die merken, dass hier nicht genug Wasser ist. Ob sie sich ärgern. Ah, dafür können die mal hier die Edelmetalle abholzen, wenn ich dann mal genug Leute habe. Oh, das Ding ist voll. Komm, das lassen wir mal standen. Komm, das lassen wir mal standen. Stadtvorgang läuft. Weg mit dir. Weg mit dir. Milestone achieved. So, sehr gut. Auf dem Mars, Wasser gefunden haben wir immer noch nicht. Erste Mensch auf dem Mars haben wir bald. So, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist noch ein hübsches Forschungslabor? Okay. Ihr könnt schon wieder landen. Freiheit. Und dann ab dafür. Freiheit, ihr dürft landen. Mein erstes Bewohner. Auf dem... Was, was, was? Pause, Pause, Pause. Wir haben Wasser gefunden. Da hinten ist Wasser. Verdammt. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? coldest. Okay. Eine Eisweite geht bis hier. oh Gott, oh Gott ist das weit das nutzt mir nicht viel ich kann aber mal noch eine Rakete bestellen eine Frachtrakete mit Fertigbauten 1 Polymerverträg Treibstoffstoffe ich brauche das feuchtigkeitsding wieviel passen dahein? 16 Stück 4 komm, mach mal 5 3 Stoffe Störlinge nachher so 7 Teile wenn wir von jedem noch eins mit Drohnen haben dann nehmen wir mal 4 5 vielleicht kommen wir so hinten ans Wasser ran so und dorthin ach so jetzt gehts weiter lasst die Leute raus aus der Rakete voller Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf den roten Planeten angekommen die nächsten 10 Sols stecken sie voller Schwierigkeiten und Gefahren aber auch voller großer Versprechen und Möglichkeiten es liegt ja jetzt an uns zu beweisen dass der Mars das Tor zur großen Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist selbst die epischen Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt die Ankunft zusätzlichen Kolonisten wird vorübergehend angehalten bis die Kolonie bewiesen hat dass sie menschliches Leben erhalten kann deine Gründungskolonisten müssen 10 Sols überleben ehe zusätzliche Leute anreisen können Tipp, die Kolonie erhält eine positive Bewertung wenn sie von der Erde des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird falls du glaubst diese Herausforderung nicht gewachsen zu sein ok bla 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 und hier kommen sie wer bist du? äh denn der Überlebenskünstler Gründer Wirkoholik Wirkoholik Gründer Nerd Hippie Baja New Colonists have arrived Baja Baja 1 Baja 1 Baja 1 Baja 1 Baja 1 Gründer, Veganer, Einzelkämpfer Na gut Koti Bruno Ich hoffe euch gefällt es bei uns So Koti거든요 So Ja So Schauen wir mal rein hier Forschungslabor arbeiten zwei, hier arbeitet einer, deiner jeweils einer, hier wieder zwei, Lebensmittelgeschäft arbeiten auch zwei und hier arbeiten sogar drei. Gut, gut, gut. Wenn zu viel ich am Arbeiten bin, habe ich es mir mit der Kamera verscherzt. Gucken wir mal kurz. Wir haben noch sieben Metalle. Wo ist mein Transportfahrzeug? Da. Ich hatte doch hier oben irgendwo mal Metalle gesehen. Das finde ich jetzt ganz blöd. Blöd, blöd, blöd. Hier sind Metalle. Hopp. Du holst mal die Metalle und bringst sie schön hierher. Jetzt werden wir mal so sehen, dass wir Edelmetalle haben. Da. 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 Da.